Ja, jeder weiß, beim Überholen muss man einen ausreichenden Seitenabstand einhalten. Aber wie ist denn das, wenn man Radfahrer überholt? Da hört man immer wieder, da gibt es neue Regeln und wie das genau ausschaut, das erklären wir euch jetzt in diesem Video. Mein Name ist Stefan Miller, ich bin ADAC-Club-Jurist. Ja, in § 5, da finden wir die Überholvorschriften. Und in § 5 Absatz 4, da ist der Seitenabstand beim Überholen geregelt. Und da heißt es ganz allgemein, dass man eben einen ausreichenden Seitenabstand einzuhalten hat. Unterschieden wird hier aber nicht nach der Art des Fahrzeugs, welches überholt wird. Deswegen muss man sich halt immer wieder die Frage stellen, je nachdem welches Fahrzeug man so überholt, was denn bitte ausreichend sein soll. Da sind eben so Dinge wie Fahrgeschwindigkeit und Seitenwind und all sowas, Kippanfälligkeit von Fahrzeugen maßgeblich. Und gegenüber den Radfahrern hat man jetzt zum 28. April 2020 ausdrücklich geregelt, Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von zu Fuß gehenden, Radfahrenden und Elektro-Kleinsfahrzeugführenden beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,50 Meter und außerorts mindestens 2 Meter. Ja, man muss sagen, es ist letztendlich nichts wirklich überwältigend Neues. Es ist eine Klarstellung, die in die Straßenverkehrsordnung ausdrücklich aufgenommen wurde. Aber die Rechtsprechung hat es früher sowieso schon so gesehen. Es sind innerorts 1,50 Meter einzuhalten mindestens und außerorts mindestens 2 Meter gegenüber Radfahrern. Und weil eben nach altem Recht und jetzt auch trotz des neuen Rechts eben diese Sicherheitsabstände, Seitenabstände sehr häufig unterschritten werden, da kommen eben einige Radfahrer auf die Idee, sich auf den Gepäckträger hinten eine Poolnudel zu schnallen, die eben zur Fahrbahnmitte hinweist und den nachfolgenden Verkehr darauf hinweisen soll, dass man eben diese 1,50 Meter Abstand einhalten soll. Dazu muss man eben sagen, dass streng genommen eben Seitenabstandshalter überhaupt gar nicht zulässig sind und außerdem muss man eben sehen, dass dieser Mindestabstand von 1,50 Meter ja nur für Kraftfahrzeugführer gilt. Das heißt, wenn andere Radfahrer euch überholen, dann kann eben auch ein geringerer Seitenabstand mal ausreichend sein. Und wenn ihr eben mit dieser Poolnudel unterwegs seid, dann ergibt sich daraus ja faktisch ein Überholverbot auf Radwegen für andere Radfahrer. Und dann gibt es eben auch noch den § 5 Absatz 8 der Straßenverkehrsordnung. Der regelt, dass Radfahrer andere Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, rechts überholen dürfen, wenn dafür ausreichender Raum vorhanden ist. Und dieser ausreichende Raum sind eben auch nicht 1,50 Meter, sondern deutlich darunter, wahrscheinlich so um die 80 Zentimeter. Das heißt, ihr könnt ja dann selber nicht an den Fahrzeugen vorbeifahren, wenn ihr die Poolnudel hinten draufgeschnallt habt. Unabhängig davon, Autofahrer sollten auf jeden Fall diesen Seitenabstand einhalten und eben auch bedenken, es handelt sich hier um einen Mindestabstand, auch wenn es vielleicht gerade außerorts auf schmalen Landstraßen mal dazu führen kann, dass man über eine längere Strecke überhaupt nicht überholen kann. Andererseits sollten halt Radfahrer im Gegenzug vielleicht auch daran denken, dass es eben die Norm des § 5 Absatz 6 Satz 2 gibt. Da heißt es nämlich, wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss die Geschwindigkeit an geeigneter Stelle ermäßigen, notfalls warten, wenn nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen das Überholen möglich ist. Also fahrt doch auf der Landstraße vielleicht mal kurz in eine Feldwegeinmündung oder auf einen Seitenstreifen und lasst die Fahrzeuge hinter euch überholen. Dann werden vielleicht auch immer weniger Autofahrer dazu neigen, viel zu eng zu überholen. Und jetzt schaut euch am besten noch die neuen Verkehrszeichen in diesem Video an. Da ist zum Beispiel sogar ein Überholverbot gegenüber Radfahrern dabei. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal.